einen wunderschönen guten morgen wünsche ich euch genau ich möchte gerne über dieses reden dass viele sagen ja endzeit endzeit die panikmache und so weiter ich möchte euch was aufzeigen was die bibel dazu sagt denn es ist kein spaß was momentan passiert es sind viel zu viele beweise in der bibel und natürlich müsst ihr dazu erst mal glauben aber euer unglaube hilft euch auch nicht und bewahrt euch auch nicht davor ich möchte anfangen und zwar bei nua da war es nämlich auch so so wie heute und bei nua 6 vers 5 lese ich kurz vor und der herr sah dass die bosheit des menschen auf der erde groß war und alle alles sinnen der gedanken seines herzens nur böse den ganzen tag und es reute den herrn dass er den menschen auf erden gemacht hatte und es bekümmerte ihn in seinen herzen hinein und der herr sprach ich will den menschen den ich geschaffen habe von der fläche des erdbodens auslöschen vom menschen bis zum vieh bis zum kriechenden tier und bis zu den vögeln des himmels denn ich habe bereut dass ich sie gemacht habe nur aber fand gunst in den augen des herrn also es hatte nichts damit zu tun dass gott das revidierte was er gemacht hat sondern dass er gesehen hat der mensch mit seinem freien willen was er angerichtet hat und genau das ist der punkt genau in diesem punkt sind wir heute auch er sagt sogar in vers 11 bis 12 die erde aber war verdorben vor gott und die erde war erfüllt mit gewalt tat ja und gott sah die erde und siehe sie war verdorben denn alles gleich hatte seinen weg verdorben auf erden also nicht gott war es der es getan hat sondern der mensch selbst war es der es getan hat aus seinem eigenen freien willen hat der mensch böses getan hat bosheit gelebt hat die erde verdorben mit seinen gewalttaten ja das ist richtig krass und dann brachte gott auch die flut und circa 100 jahre von dem ersten alter was in der bibel erwähnt wird bis zu dem zeitpunkt da sind es dann 100 jahre zwei monate und 17 tage als die flut dann kam und gott die tür schloss also circa 100 jahre wo noah predigte und er erzählte ihnen das und keiner kehrte um nur noah und seine familie wurde gerettet es erinnert mich total an heute und es passt auch heute ich lese euch einen zweiten text vor und zwar zweiter petrus 3 9 ja da steht drinne und der herr verzögert nicht die verheißung wie es einige für eine verzögerung halten sondern er ist langmütig euch gegenüber da er nicht will dass irgendwelche verloren gehen sondern dass alle zur buße kommen also er lässt dieses leid auf dieser welt noch zu zum einen euch zu gericht jeder der böses tut ihm ist es zu gericht und er wird vor gottes gericht gerecht bestraft werden und andernfalls lässt er es zu damit ihr noch zeit habt umzukehren wie zu den zeiten noas da ging es noch genauso ab da wurden babys geopfert da wurde sich an kindern vergangen und so weiter und so fort ja und der herr ließ es zu doch nach 100 jahren feierabend von heute auf morgen es gab keine möglichkeit mehr umzukehren aber diese 100 jahre waren da um umzukehren und sie hörten aber nicht sie aßen und tranken und so weiter ich lese in matthäus 24 jesus sagt es nämlich da und zwar matthäus 24 37 bis 39 aber wie die tage noas waren so wird auch die ankunft des sohnes des menschen sein denn wie sie in jenen tagen vor der flut waren so aßen und tranken sie heiraten und verheirateten bis zu dem tag da noa in die arche ging und sie es nicht erkannten bis die flut kam und alle weg raffte so wird auch die ankunft des sohnes des menschen sein also sie lebten ganz normal taten ihren alltag sie aßen tranken heirateten vergingen sich an anderen menschen taten gewalttaten waren böse wahrscheinlich auch so wie heute zwangsprostitution menschenhandel kindesmissbrauch und so weiter also das ganz normale was wir heute auch haben und dann plötzlich feierabend so und wir haben gesehen warum gott es zulässt eure wegen damit ihr zeit habt umzukehren deswegen lässt gott es zu glaubt mir er leidet sehr darunter dann habe ich noch einen text und der letzte jakobus 2 18 bis 20 da steht drin es wird aber jemand sagen du hast glauben und ich habe werke zeige mir deinen glauben ohne werk und ich werde dir aus meinen werken den glauben zeigen du glaubst dass nur ein gott ist also falls du glaubst du tust recht auch die dämonen glauben und zittern willst du aber kennen du eitler mensch dass der glaube ohne die werke nutzlos ist also es wird zeit dass ihr umkehrt solange es noch heute heißt kehrt um tut buße und ruft schreit aus der tiefe eures herzens nach gott denn wenn es zu spät ist gibt es für euch keine umkehr mehr dann habt ihr ein großes problem jetzt solange es noch heute heißt und der herr noch nicht gekommen ist ihr könnt mich jetzt auslachen ihr könnt euch lustig darüber machen doch am ende des tages es ist einfach nur traurig ihr sagt dass es panikmache schaut in die welt und wenn ihr erkannt habt was in dieser welt passiert schaut was im darknet passiert schaut was hinter verschlossenen türen passieren schaut was in dieser ganzen welt passiert es ist schlimmer wie zu noas zeiten sagt der herr es wird schlimmer sein wie zu den noas zeiten und ich sage euch wenn ihr das nicht erkannt seid ihr blind und taub und stumm denn das müsst ihr erkennen dass diese welt einfach nur noch kaputt ist und zwar grundlegend und in den letzten drei jahren extrem angezogen hat und der herr hat dieses vor prophezeit wenn ihr das erkannt habt dann liest in der bibel und schreit mit eurem herzen zum herrn dass er sich euch offenbart und euer annimmt damit ihr ebenfalls gerettet seid und nicht wie in der flut vernichtet werdet und dann vor gottes gericht kommt und nichts zur verteidigung habt gottes mächtigen segen